Obdraht, doch die andere Flüge drauf machen, he? Doch die kleinere drauf, he? Da ist so langsam das Wasser. Da haben die überhaupt keinen Nerven. Und hier? Und hier? Und hier? Ja, 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 ja. Ja, steht er drauf. Ah, nicht da oben. Nicht da oben. Nicht da oben. Nicht da oben. Du bist deine Schönheit, ha? Schöner Fisch. Dich nehmen wir mit. Vi räنا bisse. Dich eco! Vielen Dank. Jawohl. Ein ganzes Trubel in dem Pool. Nicht mal schlecht. Keine Scheiße, dass die da weniger Rabatz macht. Die haut da um. Das ist ein geiler Pulver. Auf Sicht mit der Nymphen. Die hat noch so viel Power. Das war ein schöner Fisch. Das ist ein schöner Fisch. Ja. Oh, nicht da unten. Oh, nicht da unten. Nein, 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 nein. Oh, der Baum, gell? Nein, nein, nein. Einfach dagegen halten. Und da. Ja. Einfach leichte Routen. Auch eine so hübsche. Wahnsinn. Eine unbeschwerte kleine Nymphen. Schauen wir mal. Das, was bringt. Da irgendwas nicht da herläuft. Das sieht's jetzt natürlich überhaupt nicht. Da musst du jetzt echt Glück haben, dass eine hinterher kommt. Und da voll drauf ballert. Ja, das hätte jetzt fast funktioniert. Die ist nämlich hinterher. Aber ich seh die Nymphen nicht. Ich hab keine Chance nicht, dass ich da irgendwas seh. Und muss quasi auch spannend bleiben. Und hoffen, dass die da richtig reinknollen. Ja. Ich hab fast genommen. Das ist ein schöner Fisch. Da haben wir uns jetzt beschäftigt, gell? Aber das hat sich rentiert. Ja. Aber das ist eine. Bochverein, ha? Die muss man wieder loslassen. Hm? Was ist so erschienen? Ja. Bochverein. Wunderschön. Bochverein. Oh. Geil. Bochverein! Ja. Wenn man die Sander hinterher kommen und vielleicht verpassen die Scheiße einfach. Und tiefer zählen den Schein. Und tiefer zählen den Schein. Meine Güte. 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 Meine Güte.